Wo? Ich werde dich finden. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Oh, Devastator. Okay. Okay. Irgendwelche Produktlisten. Papierstifte. Okay. Ein Kopf. Ja, so wie es aussieht, haben wir hier oben alles erledigt. Runterspringen mache ich mal lieber nicht. Ja, ich bin auch so schlau. Ich sollte schon einsteigen, bevor ich den Fahrstuhlknopf betätige. So, okay. Wir sind wieder unten. Ah, da bist du. Warst du. Okay, das... Achso, das ist nur ein eingefrorener Arm mit der Schrotflinte. Dann können wir jetzt hier durch, nachdem wir gespeichert haben. Alter, ich... Ich weiß nicht, warum ich immer eher drücke, wenn ich eigentlich eh drücken will. Naja, hier. Oh, shit. Komm, komm. Veran. Okay, der ist ehrlich. Da oben ist ein Schalter. Kann ich jemanden anrufen? Komm schon. Lass mich telefonieren. Ach, fick dich. Okay, eine Zimmerpflanze. Moment, das ist doch wieder ein Spiegel. Ja, das war ein Spiegel. Das ist der echte. Diesmal bin ich nicht drauf reingefallen. Aber... Wow. Alter. Alter, was ist hier los? Wo sind die alle hergekommen? Und... Wo kommen die Minen plötzlich her? Was ist hier los? Hä? Ich bin total verwirrt. Mine? Hä, wo kommen die denn her? Kann ich so? Was genau hat das jetzt getan? Ich hab keine Ahnung. Aua. Scheiße. So. Moment, die konnte ich aber ja auch nicht... Kann ich da unten durch? Okay. Ja, von wegen Spiegel. Das war Spiegel am Arsch hier. Hm, hier ist wieder so ein Fach in der Hand. Hab ich... Achso. Ich wollte gerade sagen, hab ich schon keinen Platz mehr für Munition. Hier ist wieder ein Schalter. Irgendwas haben wir geunlockt. Wahrscheinlich das hier, ja. Äh, ja, aber was ist denn... Das war gerade dumm, aber wir haben Glück gehabt. Was macht denn dieser Hebel? Dieser Schalter? Ah. Holoduke. Secret Place. Okay, Holoduke können wir leider nicht mitnehmen. Aber immerhin haben wir ihn gefunden. Das ist ja auch schon mal was... Shit. Auch schon mal was wert. Stirb! Ich sollte vielleicht nicht immer mitten auf die zulaufen. Das ist ein wenig energielastig. Ich sehe wieder ein Rätsel. Munition. Kommen wir hier durch? Kommen wir nicht. Äh... Was ist... Ah, ah, geh... Äh, lass mich dahinter. Okay, ist hier noch was? Nö. Okay, wir haben den Shrinker bekommen. Hier brauchen wir die rote Zugangskarte. Was ist hier noch irgendwo? Geheimfach? Nö. Hm. Was macht denn das hier? Äh... 1, 2, 1, 2, 1, 2 oder 3? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier mache. 3. Delta. 1, 2, 3. Hö. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Okay. Wie gesagt, keine Ahnung, aber die Tür ist offen. Das ist ja die Hauptsache. Hier sind... Uah, das ist gerade ein bisschen verwirrend gewesen. Okay, äh, wieso... Wieso brauche ich hier gerade meine Boots? Wieso ist der... Was ist denn das für ein Boden, dass ich hier Energie mit verliere? Na, gehen wir mal hier rein. Hier ist Beta. Äh... Da ist Delta. Hier ist... Gar nichts. Ich brauche es. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Nee, komm hier wieder rauf. Hier ist Beta. Hier geht es noch weiter. Hier ist Alpha. Äh... Delta. Wo ist denn hier der Ausgang? Wieder da. Nee, da... Hier ist Gamma. Da ist ein Hebel. Kann ich den drücken? Ja, kann ich. Das war, glaube ich, gerade unklug. Aua. Ähm... Ja. Aua. Ich hätte meine Stiefel sind schon wieder aufgebraucht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Alpha... Äh... Hm. Alpha Beta. Geht's hier irgendwo hinein? Alpha Beta. Den müsste ich doch jetzt eigentlich zu... Delta? Nee, eigentlich zu Gamma. Das da sah doch ganz richtig aus. Aber... Scheiße. Beta... Wo ist denn... Gamma? Gamma? Wo ist Gamma? Da ist Beta. Irgendwo war doch so eine Öffnung gerade. Ich denke mal, da war ich richtig. Hier ist Gamma. Und da ist irgendein Schalter. Aber ich bin sowieso gleich tot, wenn ich noch einmal über diesen Boden laufe. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich da Energie bei verliere. Achso. Moment, ich habe ja noch Verarztung. Gamma. Ich habe keine Ahnung, was genau das Ziel dieses Rätsels ist. Ich weiß auch nicht, was dieser Schalter da macht. Wo war er denn jetzt? Äh, scheiße. Hier geht's nirgendwo hin. Hier geht's auch nirgendwo hin. Hä? Das ist doch... Macht doch alles keinen Sinn hier. Hier ist wieder Beta. Da ist der Ausgang. Hier geht's nirgendwo. Nee. Hä? Lass mich mal wieder zu Alpha. Von Alpha komme ich... ...im Moment nirgendwo hin. Jetzt bin ich auch wieder beim Ausgang. Hm. Und hier sterbe ich. Nee. Hier ist Beta. Da ist Delta. Bei Delta war doch hier irgendwo. Da ist der. Nein, lass mich hier. So, und jetzt? Ja. Ach, du Scheiße. Kann ich hier was machen? Okay, das ist ein Fahrstuhl. Ja, zu welcher Seite? Rechts, links, rechts, links? Rechts. Na, klasse. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich dieses Rätsel da gelöst habe. Das war, glaube ich, einfach nur Glück. Ist hier was hinter? Ah, Boots und ein Jetpack. Okay, hier kann ich wieder irgendwas... ...open. Ansonsten kann ich hier aber auch nichts machen. Kann ich da rauf? Aua. Äh, Schulter juckt. So. Hoppla. Das war nicht D, das war F. Da ist ein Riss in der Wand, habe ich gesehen. Äh, hatte ich nicht Raketenwerfer irgendwie? Ich? Ich? Ich war mir sicher, ich hatte den... ...bekommen. Darunter habe ich irgendwas freigesprengt. Aber ich... ...will ehrlich gesagt ungern wieder darunter, weil dann stecke ich wieder diesen Rätsel da fest. Oh. Oh. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt kann ich hier durch. Oh. Oh. Okay. Hoppla. Muss man wieder mein Mauspab ein bisschen recht... ...äh, zurechtdrücken. So. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade hier gelöst habe. Das war alles einfach nur Glück. Wow. Fuck. Ich gehe weg. Ich habe Angst. Scheiße. Oh, oh. Overlord. Ah, geht weg mit deinen scheiß Granaten. Ah, toll. Lass ich hier in den Kragen. Und irgendwie der Overlord ruckelt. Warum auch immer. Beziehungsweise jetzt ruckelt es die ganze Zeit. Scheiße. Wo ist er denn? Bist du hier? Ja, da ist er. Äh, what the fuck? Wo ist die Pipeline? Und irgendwie. Eieieiei. Das ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Ich vermute auch mal, das Spiel wird sich wieder fangen, sobald der Overlord gekillt ist. Ja, richtig vermute, jetzt läuft es wieder flüssig. Das ist merkwürdig. Dass der eine Gegner das Spiel jetzt zum Ruckeln bringt. Naja. Da muss ich auch mal sehen, dass nicht der Ton asynchron wird. Am besten schreibe ich mir das gleich mal auf. Wenn ich die Aufnahme beendet habe, sonst vergesse ich das nämlich wieder. So, da sind noch Kraken. Hier, komm. Alter, was geht jetzt ab? Überall explodiert irgendwas? Äh, ja, komm hier. Schwinker, komm her. Wow. Was war denn das? Bis dahin. Jesus.